Die kreativen Köpfe hinter The Simpsons haben mit Disenchantment erneut einen Volltreffer auf Netflix gelandet. Die Serie startete vielversprechend und eroberte die Herzen der Fans im Sturm. Allerdings ließ die Begeisterung über die letzten Staffeln etwas nach. Aus diesem Grund haben sich die Produzenten entschieden, die fünfte Staffel als Abschluss zu gestalten. Ob ein Happy End auf die Figuren wartet, bleibt vorerst ungewiss. Bean, Elfo und Lucy stehen nicht nur Königin Dagmar gegenüber, sondern auch Satan einer kopflosen Leicher und seinem bösen Wissenschaftler. Die finale Staffel von Disenchantment ist ab dem 1. September exklusiv auf Netflix verfügbar.